jetzt habe ich nicht gesehen für wen das war ich glaube das war für sie genau angriff geht weg dafür geht der fokus höher nehmen wir jetzt haben wir eine neue fisch gehabt aber ich wundere dass da keiner geredet hat ich habe immer noch keinen schlüssel wo lieben wo will ich jetzt eigentlich hin wo ist eigentlich die stadt oder frage nächste frage ich glaube dahin haben wir die schon ich bin echt ja jetzt haben wir die kaputt mit hast du was neues gelernt nein ouch crystal tower ok das ist schlecht ja das tut doch hell schön auf dem boden und navigieren und dann erledigen was ist das hier nichts haut glaube ich nicht aber ob lang gut für die nächste frage macht dabei zack 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 buying war habe Was machen wir denn hier? Aber wir haben so viele neue, ne? Donnerbeast So, Abwehr Und jetzt nur 250 Die erhöhen sich, glaube ich Wenn sie nicht zusammen sind Also wenn sie auch ein Ticken stärker Manchmal ist es doch nicht so schlau Aber ich weiß nicht, ob das nicht besser fürs Training ist Also fürs Level Okay, ich habe es nicht aktiviert Also es funktioniert tatsächlich Wenn es alleine Ausgelöst wird Wenn man Die SA hat Also Du hast mich abgeblockt Das sehe ich nicht gerne Ne? Ja genau Wiffenstein Ach, bam, bam So jetzt kommen Guck mal, guck mal, guck mal Eins, zwei, drei Was nicht funktioniert Was nicht funktioniert hat Ah, bam, 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 bam Man, 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 lass mich doch Spielchen machen Spielchen machen Kommst du her, du blöde Insekte Aber so kleine Insekte Ach, das macht die auch Ja, klar, Winter In Hellion In Hellion So Eigentlich wollte ich nicht Was ist ein Wunder Gewalt Oh, Arsch Hä? Also man sollte auch mal die richtige Tasse drücken. Ähm, Verteidigung geht hoch. Was haben wir denn hier? Ähm, Verteidigung, Fokus geht hoch. Dafür geht aber die andere Verteidigung runter. Okay, nur Kerle dürfen die anziehen. Okay, Mikleo. So kannst du meine Schuhe. These ones are even more adept at waterattacks than Scylla. You should stand back while I take them on. We'll be counting on you, Edna. So, haben wir eine Schwäche. Erde. Es wackelt, was wir wackeln sollen, Lida, Lida. Es wackelt, was wir wackeln sollen, Lida, Lida, Lida. Ähm, ich hätte ihn gerne. Edna. Ab, 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 Ab. Ah, ha, 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 ha. Ich find's lustig. Was sagt man jetzt? Dada, 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 Dada. Ähm, ähm. Oh ja. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Wie ist das? Let's get them. Genau, wir sind stein. Und down. Mann, du bist ziemlich stark, Zavid. 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 Ähm. Kann ich nicht umklettern? Tatsache. Tatsache, ich kann nicht klettern. Gibt es hier einen Aussichtspunkt, oder was guckt hier oben? Ein Schmelzziegel ist da schon mal. Auf der anderen Seite. Und das wäre der Schmelzziegel der Bosheit. Pratapanna. Pratatatana. Pratatatatan. Pratatatan. Runde, die rums, die rums. Einmal die Truhe öffnen. Geschicklichkeitsdetektor. Wieder einmal. Spezialangriff. Trinkt auch kein was. So, okay. Wie besser denn eigentlich das Wasser? Ich muss ja eigentlich größer sein, ne? Ich habe gerade Schaden gemacht. Ich muss doch auf mich hier deinen Patschehändchen anzugreifen. Schöne. Drage dich runter. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Wenn er jetzt hier rein muss, in den Schmelzziegel. Ba, 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 ba. Trinkt auch ein Schmerz. Trinkt auch ein Schmerz. Trinkt auch ein Schmerz. All right. Öffn die Flutgarten. Schmerz. Well, das ist ein Ramp. So, aber da ist ja noch jemanden. Was zum Seestern? Oh, das heißt Seestern. Ah, Starfish. Präzis. Du hast ein Starfish flot? Präzis. Präzis. Seestern. Mir wurde gesagt, es gebe Meeresorganismen in Sternform und dieser hier hat sich in einen Helium verwandert. Ich nehme an, er treibt auf den Wellen des Meeres. Stratasheel. Ne, den hat die Fee müsste ich eigentlich kennen. Aber die sind Löwen. Sein Kriecher kann ich jetzt nicht. Aber ist okay. Zack, zack, zack. Alles geht gut. So, wie sieht es hier aus? Prüfen. Äh, nur Rose und Sarah prüfen antreten. Oh, was nehmen wir denn da jetzt? Äh, nehmen wir Rose und Layla. Aber diesmal, ich bin nicht so der Fan von Savit. Hm. Ich würde sagen, Feuer trifft ganz gut, ne? Die kann sich ja auch amortisieren. Ähm. Das ist nicht so das Problem. Schau von da überhaupt noch ein 8 Minütchen. Äh, nee, Pech. Wir machen jetzt noch den Schmelztiegel. Rose und Mikleo, wir hatten schon mal einmal Mikleo drin, also was soll denn geils? Nehmen wir mal jemand anderes mit. Rose und Layla. Frauenpower. Zack. Ich kann, ich kann natürlich es gehen. Jetzt. War. Okay. Äh, am besten jetzt hier erstmal fixen. Oh, erstmal. Alles klar. Ausweichen. Zack. Ah, guck mal jetzt mal. Wow. Ah. Ist okay. Ist okay. Ah, naja. Aber naja, ich war jetzt nicht so das beste was du machen. Diese blöden Fusen, die gehen mal voll auf die Nase. Ah, das erledigt. ist, wie war das? Nichts. Berne. Echo. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Au. Oh. Mystische Arte raushauen. Ich muss mich aber schon ein bisschen konzentrieren. Oh, was haben wir denn da jetzt? Ach, Skiller. Nur eine andere Form. Widerstand. Ja, kriegen wir schon alles hin. Ich weiß nicht, ob du da Tourslau bist. Ah, wettme... Oh. Wo war jetzt nochmal... und das war mal da. Geht weg von mir. Direkt die nächste Welle hinterher schieben. Wenn schon, denn schon. Näher herangehen. Weg, weg von mir. Oh, Vergiftung ist gerade krass los. Warte mal, ich muss kurz ein Traumgummi reinwerfen. So. Prosttierer hier. Ah. Ah. Ah, die Burner-Ecker hat nicht so eine gute Reichweite. Prostentier weg. Ah, das dauert mir jetzt so lange. Und weg mit euch. Ich finde das cool, das mit dem... mit der Wand. Kann ich schön... Schön das hier spannen. Und, äh, äh, da kommt jetzt keiner ran. Aber trotzdem muss ich aufpassen, weil die Tände ja auch noch die Leute jetzt spawnen können auf einmal. So ein Nager zum Beispiel, die mich da jetzt in den Extrem geraten. Aber wir können jetzt... ...wieder einmal... ...mit die Schaate einsetzen. Und was soll ich jetzt auch tun? Noch einmal. Bam! Wer für Leiden! Die Begrasse ist der Gewand! Die Marsch! Here, manifestor. Bede слов. Das name Vamos. Hoppe toad. Wir Todos wieder mehr, Magyễnreibt von den Philippen. Wie bei der cable. Komm, noch mal ne Flammenwand. Oh, alles top top. Komm her. Ah, naja, ein bisschen kurz Abstand. Oh, das muss ich da gemacht. Okay. Jetzt hab ich was Neues kippen gelernt. Das ist ja cool. Jetzt hab ich was Neues kippen. Es geht ja auch tatsächlich andersrum. Nicht nur die Arte hier. Okay, drei von denen jetzt. Und jetzt Flammenwand. Flammenwand ist hier oben. Okay, was ist das hier? Wuhu. Alter. Das geht hier richtig ab. Nein. Nein, 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 nein. Ah, okay. Ähm. Ein Felsiggummi. Alter. Alter. Man sollte damit mehr Spiele mit den, 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 mit den Richtungswechsel. Weil man damit echt gute Kompos hinfährt. Das zum Beispiel. Alter. Ah, ich lerne noch in diesem Spiel. Also, gibt's noch einiges rauszuholen. Also, jetzt machen wir jetzt mal das. Das ist ja echt, echt langweilig. Jetzt guck ich mal nach oben. Und dann passen wir das hier. Mit einer mythischer Art auf einmal. Die ausgebildet wird. Oh, was seid ihr? Stein-Kolosse. Die kennen wir noch gar nicht. Oh, jetzt bin ich unten. Oh, jetzt bin ich unten. Oh, jetzt bin ich unten. Eins, zwei. Okay, hoch. Ah, das war auch interessant. Und Flammenwand, komm. Ja, die, ja, die haben keinen Widerstand. Also, mit Layla war es tatsächlich eine gute, wobei war. Ein besserer, wobei. Boom. Warte mal, wir drehen uns so. Dass wir jetzt noch die hier treffen, wenn das vorbeikommt. Hinter uns ist jemand. Ich hab's gesehen. Jetzt kommt Flammen. Jetzt kommt Flam, 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 Flam. Ja, ich hab's gesehen. Ja, das war schon. Gut, den anderen wäre ja... Eine Tüße erwischen wir jetzt nicht, weil sie unter uns ist. Aber immerhin... Die hier. Okay, jetzt fahren wir an. Eins, zwei, drei. Bam, Alter. Das macht schon Spaß, wenn man weiß, was man macht. Es geht mir gerade alle auf, wenn die nirpen. Wow. Okay, jetzt müssen wir irgendwie unterbrechen, was jetzt nicht geklappt hat. Sollte jetzt eigentlich gleich vorbei sein, hoffe ich mal. Na dann, knapp 10 Minuten geworden. Krass, kaputt, kaputt, so, du bist der Letzte, hoffe ich mal. Vermilion Crescent, blood move, blood move, vermilion Crescent, drop them! Incredible knife handling, do you have anything? I'm not hiding anything, I swear! it's over here! It's over there. Untertitelung des ZDF, 2020